Wie sind wir eigentlich zu den Persönlichkeiten geworden, die wir heute sind? Haben wir uns selbst dazu gemacht, indem wir unseren freien Willen genutzt haben? Oder stand vielleicht von Geburt an fest, wer wir später mal sein werden, weil es durch unsere Erbanlagen determiniert ist? Oder ist es vielleicht doch vielmehr so, dass die Umstände, also unsere Umwelt, aus uns das gemacht haben, was wir sind? Mit Sicherheit spielen alle drei Faktoren eine Rolle, wobei es sehr schwer ist nachzuvollziehen, wie stark die drei Einflussgrößen jeweils wirken und inwieweit sie sich gegenseitig beeinflussen. Einen sehr differenzierten Blick auf diese Anlagen-Umwelt-Debatte wirft der Entwicklungspsychologe Uri Bronfenbrenner. Er betont in seinem ökosystemischen Ansatz die Bedeutung des Zusammenspiels von Systemen, in die ein Mensch eingebunden ist, und die Relevanz der Übergänge von einem System ins andere. Was genau dahinter steckt, das erfahrt ihr jetzt. Bronfenbrenner wurde 1917 in Moskau geboren und emigrierte zusammen mit seiner Familie im Alter von sechs Jahren in die USA. Sein Vater arbeitete dort als Arzt in einer Psychiatrie. Vermutlich war er erst der Bronfenbrenners Interesse an entwicklungspsychologischen Fragestellungen weckte. Bereits sein Vater war von einer gegenseitigen Abhängigkeit zwischen einem lebenden Organismus und dessen Umwelt überzeugt. Eine Hypothese, die sein Sohn später bestätigen sollte. Es ist also wenig erstaunlich, dass Bronfenbrenner Psychologie studierte und mit 25 Jahren im Bereich der Entwicklungspsychologie zunächst promovierte und später dann an der Cornell University als Professor dozierte. Bronfenbrenners Untersuchungen zur menschlichen Entwicklung beschränkten sich nicht nur auf den amerikanischen Raum, sondern waren international angelegt. Die Forschung war sein Kerngeschäft. Seine Interessen gingen jedoch über eine reine Theoriebildung hinaus. 1965 war Bronfenbrenner beispielsweise an der Gründung des Headstart-Programms beteiligt. Ziel dieses Programms ist es bis heute, die Bildungschancen von benachteiligten Kindern durch gezielte Förderung zu verbessern. Ich komme dem Anspruch der Verknüpfung von Theorie und Praxis auch nach und stelle euch Bronfenbrenners Ansatz nicht einfach nur vor, sondern zeige auch dessen praktische Relevanz auf. Bronfenbrenner hat in den 1960er Jahren den sogenannten ökosystemischen Ansatz entwickelt. Der Name steht in direktem Zusammenhang mit den Grundannahmen seines Modells. Öko bzw. Ökologie beschreibt den Gedanken, dass menschliche Entwicklung als ein Prozess verstanden werden muss, in dem ein wachsender, reifender und lernender Organismus aktiv auf seine direkte Umwelt einwirkt und diese somit beeinflusst, gleichzeitig jedoch auch von dieser Umwelt beeinflusst wird. Hier geht es also um eine Wechselwirkung zwischen dem Individuum und seiner Umwelt. Nur um sicherzustellen, dass allen klar ist, was hier gemeint ist. Wenn von Umwelt die Rede ist, dann geht es weniger um die Natur, es geht in erster Linie um zwischenmenschliche Beziehungen. Eure Umwelt sind vor allem eure Freunde, eure Familie, Klassenkameraden usw., wobei auch Objekte und Symbole unter den Umweltbegriff gefasst werden. Nochmal kurz zurück zum Anfang des Videos. Da hatte ich ja die Frage aufgeworfen, ob wir durch unsere Anlagen, unsere Umwelt oder unseren freien Willen zu dem wurden, was wir heute sind. Ihr habt gehört, bei Bronchenbrenners Ansatz sind alle drei Faktoren wiederzufinden, wobei er die Bedeutung der Umwelt besonders betont. Die zweite Grundannahme Bronchenbrenners ist die, dass die eben beschriebene Interaktion zwischen Organismus und Umwelt einem systematischen Wandel unterzogen wird. Hier finden wir jetzt den Systembegriff wieder. Ein System ist ein aus Einzelteilen zusammengesetztes Ganzes, wobei dieses Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile. Nehmen wir als Beispiel eure Familie. Die setzt sich aus einzelnen Individuen zusammen. Mehr als die Summe seiner Teile ist eure Familie deswegen, weil sich zwischen euch und euren Lieben ganz spezifische Beziehungen ausgebildet haben. Diese Beziehungen kommen über die Art und Weise zum Ausdruck, wie miteinander kommuniziert wird. Wenn sich bei einem Familienmitglied etwas verändert, zum Beispiel eine schwere Erkrankung, ein Jobwechsel oder eine neue Partnerschaft, dann hat dies nicht nur Auswirkungen auf die betreffende Person, sondern auf das gesamte System. Schließlich passen sich die Beziehungen der neuen Situation an und damit natürlich auch die Kommunikation. Das gilt nicht nur für eure Familie, sondern für die gesamte Entwicklung. Weder die Umwelt noch das Individuum, das in dieser Umwelt agiert, sind statisch. Das Individuum reift heran, lernt und verändert daraufhin sein Denken und Handeln. Gleichzeitig ist auch die Umwelt einem ständigen Wandel ausgesetzt. Entsprechend muss eine dynamische Anpassung der Interaktion zwischen Organismus und Umwelt stattfinden, die diesen Veränderungen eben Rechnung trägt. Die beiden Grundannahmen auf das Wesentliche heruntergebrochen, könnte man sagen, dass sich der selbstaktive und heranreifende Mensch innerhalb eines sich ständig wandelnden, komplexen Systems von Beziehungen entwickelt. Das klingt schön, aber was genau jetzt meine Entwicklung oder was eure Entwicklung beeinflusst, das weiß ich dadurch noch nicht. Einfach von einem Beziehungsgefüge zu sprechen, ist nämlich viel zu undifferenziert. Was genau damit gemeint ist, können wir erst dann nachvollziehen, wenn wir die Einflussfaktoren der Umwelt systematisieren. Und genau das hat Bronfenbrenner getan, indem er fünf Systemebenen unterscheidet. Die Systemebenen hat Bronfenbrenner, ähnlich wie man das von der Zwiebel kennt, in Schichten angeordnet. Die innerste Schicht ist dabei ganz nah am Individuum und die äußerste Schicht liegt eher in der Distanz. Damit ihr leichter nachvollziehen könnt, was unter den jeweiligen Ebenen verstanden werden kann, setzen wir in die Mitte des Modells exemplarisch ein fünfjähriges Kind, den Max. Ich zeige euch jetzt, wie die einzelnen Schichten die Entwicklung von Max beeinflussen. Direkt eingebunden ist Max natürlich in die Beziehungsmuster in seiner unmittelbaren Umgebung. Das sind seine Mikrosysteme. Max wächst gemeinsam mit seinen beiden Schwestern bei Mama und Papa auf. Er geht in den nahegelegenen Kindergarten, spielt seit diesem Jahr Handball im örtlichen Verein und geht jedes zweite Wochenende zu seiner Oma und seinem Opa. Innerhalb all dieser Mikrosysteme steht Max in direkter Kommunikation mit anderen Menschen. Außerdem trägt Max innerhalb dieser Systeme unterschiedliche Rollen. Er ist in der Familie zum Beispiel Sohn und Bruder. Im Verein ist er Mitglied, Mitspieler und Torwart. In den jeweiligen Rollen werden an Max unterschiedliche Erwartungen gestellt, denen er mehr oder weniger gerecht wird. Vielleicht ist Max in seinem Verein ein kooperativer und fairer, aber auch umgänglicher Mitspieler, aber noch kein guter Torwart. Die Erwartungen, die an Max gestellt werden, kommen über die Kommunikation zum Ausdruck. Die Kinder im Verein sagen vielleicht, »Schön, dass du da bist« und Max' Trainer schimpft manchmal, »Max, da musst du dich groß machen!« Max übernimmt die einzelnen Rollen und die damit verbundenen Erwartungen in sein Selbstkonzept. Und das prägt ihn. Wie ihr bereits wisst, ist diese direkte Kommunikation keine Einbahnstraße, sondern wechselseitig. So wie die Menschen um Max herum ihn beeinflussen, so wird Max' Verhalten seinerseits auf die Menschen um ihn herum zurück. Die sich an das Mikrosystem anschließende Schicht ist das MISO-System. Diese Schicht beschreibt die Wechselwirkung zwischen den Mikrosystemen. Die Mikrosysteme von Max sind eng miteinander verwoben. Max' Kindergarten nimmt beispielsweise die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Eltern und den Großeltern sehr ernst. Oma und Opa und Mama und Papa von Max ziehen in der gemeinsamen Erziehung in einem Strang und sprechen sich diesbezüglich regelmäßig ab. Auch das Mikrosystemverein ist nicht losgelöst. Die Anregungen von Max' Trainer aufgreifen, macht Max' Papa mit seinem Sohn nach der Schule Torwarttraining. Außerdem beteiligt sich Max' Mama am Kuchenverkauf an Turniertagen. Das Exosystem ist die dritte Schicht in Bront von Brenners Modell. Es umfasst Lebensbereiche, an denen unser Max zwar nicht teilhat, aber sehr wohl indirekt von ihnen betroffen ist. Nehmen wir zum Beispiel den Arbeitgeber von Max' Mama. Mit dem hat unser Max nichts zu tun. Wenn Max' Mama aber total gestresst ist, weil schon wieder ein Projekt so schnell wie möglich fertig werden muss, dann betrifft es auch unseren Max. Genauso ist Max natürlich davon betroffen, wenn sein Trainer im Handball nicht richtig bei der Sache ist, weil er ständig an seine neue Freundin denken muss. Zum Exosystem gehört aber noch viel mehr. Zum Beispiel strukturelle Aspekte wie das Arbeitsmodell von Papas Arbeitgeber oder auch die finanzielle Ausstattung von Max' Kindergarten. Selbst das Fernsehprogramm gehört zum Exosystem, da Max zwar vom ausgestrahlten Programm beeinflusst wird, an der Produktion jedoch nicht beteiligt ist. Ganz außen haben wir das Makrosystem. Dieses System umfasst die kulturellen Wertvorstellungen, die Gesetze, Sitten, Gebräuche und Ressourcen der Kultur, in der Max aufwächst. Welches Bild vom Kind herrscht denn innerhalb der Gesellschaft vor? Ist es gesellschaftlich akzeptiert, Kinder zu schlagen? Darf unser Max seine Persönlichkeit frei entfalten? Oder steht in der Kultur, in der er aufwächst, die Gesellschaft über dem Individuum? An welche gesetzliche Grundlage ist eigentlich der Kindergarten von Max gebunden? Gibt es vielleicht deswegen so wenig Erzieherinnen? Welche Erwartungen hat der Arbeitgeber von Max' Mama an die Beschäftigten? Ist man da einfach nur ein kleines Rädchen in einem kapitalistischen System und wird getauscht, wenn man ausbrennt? All diese Fragestellungen sind ganz weit weg von Max und doch beeinflusst jeder der angesprochenen Aspekte die Entwicklung von Max. Und warum? Weil das Makrosystem in den direkten Beziehungen von Max immer mitschwingt und über die Kommunikation zum Ausdruck kommt. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass ich vorhin von fünf Systemebenen gesprochen, jetzt aber nur vier vorgestellt habe. Das fünfte System ist das Chronosystem. Das ist die zeitliche Dimension in Bronfenbrenners Ansatz. Im Leben von Max gab es bestimmt schon zentrale Wendepunkte und die wird es immer wieder in seinem Leben geben. Bald findet zum Beispiel der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule statt. Und dieser Übergang wird sich nachhaltig auf die Systeme, in die er eingebunden ist, auswirken. Ein Zurück in alte Beziehungsmuster wird es nicht mehr geben. Aber das nur ganz kurz der Vollständigkeit halber. Ich hoffe, dass Bronfenbrenners Modell durch die Beispiele mit dem kleinen Max verstanden wurde. Aber allein durchs Verstehen ist uns ja noch nicht wirklich geholfen, es sei denn natürlich, die Theorie ist prüfungsrelevant. Es stellt sich jetzt also noch die Frage, welchen Nutzen diese Theorie für uns selbst hat. Zwei Aspekte sind hier in meinen Augen besonders wichtig. Einmal ermöglicht uns das Modell, einen differenzierten Blick auf das Erleben und Verhalten von uns selbst, aber auch von anderen zu werfen. Zum anderen lassen sich aus jedem der Systeme Ressourcen ableiten, die uns dabei helfen können, eigene Krisen zu bewältigen. Klingt wieder ziemlich kompliziert, deswegen ein Beispiel. Nehmen wir mal an, eure beste Freundin lernt einen neuen Typen kennen und kaum sind die beiden zusammen, ruft sie dich nur noch ab und zu an, schreibt ihr manchmal erst Stunden später, wenn überhaupt, zurück und wenn ihr euch dann seht, wirkt sie die ganze Zeit so, als wäre sie mit ihren Gedanken ganz woanders. Klare Sache, oder? Schuld für das neue Verhalten ist natürlich die neue Beziehung. Solche einfachen Schlussfolgerungen ziehen wir alle jeden Tag und ich will auch nicht bestreiten, dass an dieser Idee auch was dran ist. Aber wenn wir Bronfenbrenners Ansatz berücksichtigen, dann stellen wir ziemlich schnell fest, dass dieser einfache Erklärungsversuch viel zu kurz greift. Zum einen können wir nicht mit Sicherheit sagen, ob nicht gleichzeitig auch irgendwelche anderen Sachen passiert sind. Ich meine, vielleicht hat die Freundin ja auch Stress in der Schule oder er ist total besorgt wegen ihrem kleinen Bruder, den sie mit 13 mit irgendeiner Clique saufend am Bahnhof angetroffen hat. Zum anderen wirkt sich die veränderte Situation, also die neue Beziehung, automatisch auf alle Beziehungsmuster in der unmittelbaren Umgebung eurer Freundin aus. Versteht ihr, das betrifft nicht nur euch, sondern alle um eure Freundin herum. Und was macht das wohl mit eurer Freundin, wenn zum Beispiel der Ex-Freund auf einmal Stress schiebt oder ihr Vater rummotzt, weil sie weniger im Haushalt hilft. Alles ist hier mit allem vernetzt und alles steht in einer wechselseitigen Beziehung zueinander. Wenn ihr einfach nur sagt, dass eure Freundin wegen dem neuen Freund keine Zeit mehr hat, dann seht ihr das große Ganze nicht. Und was ist die Konsequenz? Ihr reagiert trotzig, macht ihr Vorwürfe und könnt ihre Situation nicht nachvollziehen. Für eure Freundschaft ist es weniger toll. Und damit sind wir bei der zweiten Idee, wie uns dieses Modell in unserem Alltag helfen kann. Wenn eure beste Freundin auf einmal weniger Zeit hat, dann ist es natürlich erstmal eine Belastung. Es ist nie schön, wenn etwas Gewohntes und Liebgewonnenes auf einmal wegbricht. Aber ja, man macht es nicht besser. Besser wird es dann, wenn ihr die veränderte Situation als Chance begreift. Eure beste Freundin hat jetzt einen neuen Freund. Vielleicht ist der ja cool und man kann regelmäßig was gemeinsam machen. Vielleicht hat der neue Jahr noch ein paar Single-Freunde, wer weiß. Sie hat jetzt weniger Zeit für euch. Das bedeutet aber auch, dass ihr mehr Zeit für andere Dinge habt. Ihr habt dadurch die Chance, andere Beziehungen zu pflegen oder neue aufzubauen. Nutzt die Ressourcen in euren Mikrosystemen. Und wenn ihr das tut und cool mit der Situation seid, dann entlastet das wieder eure Freundin. Und das entlastet ihre direkten Beziehungen und das deren direkte Beziehungen und so weiter und so weiter und so weiter. Und schon ist die Welt ein besserer Ort. Bronfenbrenner sei Dank. Okay, bevor ich mich jetzt hier noch weiter reinsteige, höre ich besser auf. Wenn ich euch helfen konnte, dann zeigt es. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann lasst gerne ein Abo da. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.